Es sind nur zwei zum Reaktor gegangen. Ich hab mich so aufgesucht, dass ich meine Tasks nicht fertig bekommen habe. Viel Spaß, Leute. Puh. Boah. Wart eine Runde. Ja, die hätten wir eigentlich, also die letzte Runde hätte man eigentlich easy snacken können. Aber Sepp hatte leider Gottes irgendwie, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Da lief so ein bisschen was falsch, hab ich nur das Gefühl. Da lief einiges falsch, halt schon in der ersten Runde gleich rausfliegen. Ich hab Sven gleiche gefunden, unten links, unter Konfirmation. Sven hat auch gesagt, er hat Disconnect. Ja, er ist genau neben mir Disconnect. Oh Leute, ich hab gerade gedacht, er macht die Emergency. Ich wollte das noch in die Story einbauen. Oh Mann. Jetzt ist halt die Frage, ob Sven oder welchen Anbieter Sven hat. Ist es Telekom, ist Mike für mich schon verdächtig? Oder vor. Habt ihr jetzt das Emergency gemacht, um neu zu starten eventuell? Ich dachte, der ist rausgeflogen. Oder ist der jetzt rausgeraged? Nee, nee, also er ist unter Kontamination gestorben. Da liegt er jetzt. Also wenn jetzt, wenn wir von Vodafone gehen. Also, also. Also, also. Also, also. Also, wenn jetzt, wenn wir von Vodafone gehen. Also, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn wir von Vodafone gehen. Er hat den Call gemacht, Freunde. Hm. Das ist richtig. Ja, also, es ist eigentlich irrelevant. Aber, also, ich hab den Call gemacht, um herauszufinden, ob er geraged quittet ist, weil er getötet wurde, oder ob, äh, ob er wirklich ein DC hat und was wir dann damit machen. Ach, ja. Also, das hab ich bestimmt umgekehrt. Sven, du musst jetzt kurz was sagen, genau. Ob er rausgeflogen ist, oder nicht. Nee, der ist geflogen geworden. Er sagte Disconnect. Was denn? Ich hab grad nicht zugehört. Bist du Disconnected, oder bist du gestorben? Ich bin Disconnected. Ja, dann lass neu starten. Dann lass neu starten. Gut. Na, dann mal los. Okay. 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 Alright, Mikkelmaus. Jetzt ist vorbei. Letzte Woche, große Liebe. Diese Woche, da fehlen mir die Worte. Da muss ich ganz klar sagen, fehlen mir die Worte. Ganz, 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 ganz großes, äh. Äh. Äh, okay. What? Alter, falter. Also, Mike. Wo bist du gerade? Äh, ich bin grad runtergelaufen in den Gang, wo das Y ist. Dann hättest du mir aber entgegenkommen müssen, ne? Wo stehst du denn? Ich bin runtergelaufen zum Y und dann, ich habe gesehen, am Upman-Table bin ich eigentlich runtergegangen. Ähm, hab kurz noch ins, ins Gewächshaus geguckt, wo, ich glaube, Kalle oder Dizzy gerade an den Blättern standen. Und ich bin dann nach unten gegangen und Mike ist mir so straight nach oben gelaufen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, gehst du nochmal gucken? Das sah irgendwie komisch aus. Das war der Letzte. Wer ist noch, wer ist noch von Leitz runtergelaufen gerade? Christian kam mir entgegen, ne? Also, Sepp, Sepp, es sind noch zwei Imposter, wir sind sechs Leute. Also, entweder du bist Imposter und schufst das hart. Und du musst rausgewendet sein, weil du bist nach oben gegangen. Oben im Gewächshaus war keiner mehr. Es ist keiner entgegengekommen. Ja, lass mich kurz auch sagen. Du hast vollkommen recht. Ich war auch oben, bin runtergelaufen, bin grad wirklich in diesen Y gegangen. Also, entweder du hast mich nicht gesehen. Ah, nicht. Oder du bist Imposter und shootest grad gegen mich, damit ich rausfliege. Oder wir inten grad beide, wenn du mich jetzt bezichtigst, und wir sind beide Crewmates. Also, bist du dir wirklich sicher, du hast mich nicht gesehen? Ich hab dich auf gar keinen Fall gesehen. Ich hab nur Christian gesehen, der kam mir aus Leitz und ging. Aber dann shootest du jetzt hart, damit ich rausgeflogen werde als Imposter. Ja, da war ich tatsächlich gerade. Ja, aber also, Ray, du kam gerade noch anders. Mike, an welcher Stelle müsstest du mir denn entgegenkommen sein? Ich war oben in einem Gewächshaus und bin also gerade runtergelaufen. Gerade runter zum Y. Wir haben nur Sven's Leichen oder die liegt mitten im Gang unten, Ende. Äh, nee, Sven seine Leiche liegt oben im Blätter. Oben im Blätter. Ja, ja, aber ich bin noch Admin an der Karte. Wir müssen warten. Aber, Sven war das. Ray, bist du grad nicht Office? Ihr müsst jetzt eigentlich Sepp oder nicht warten, weil es außer eigentlich ausfallen ist. Aber Sepp, links war ich noch gar nicht drin. Wer ist denn dann gerade Office an dem Ding am Runterladen, Maxi? Bist du das? Da war ich gerade, ja. Ah, du warst. Muss Mike sein. Bitte, Sepp. Das tut mir leid, aber... Nein, das ist lost! Wer votet denn jetzt Ray und wer skippt? Oh Mann, Ray und wer skippt vor allem! Alter, wer ist so lost und skippt? Ich hab geskippt. Was soll das denn mit dem Scheiß lost, Alter? Das reicht mir nicht. Ahahaha! Chris! Großartig! Nice, hey! Schöne Runde! Sehr, sehr geile Runde. I like it! Ähm... Was musst du da noch mal machen? War das denn? Hab ich denn... What? Was ist aber gar nicht gerade gespaut? Was ist denn da? Was hast du denn da? Was ist denn da? Ich weiß das Ding! Schmeigi? wer ist noch am knopf ganz kurz leute dann muss selbst sich verguckt haben deswegen mal ich dreimal ob er sich sicher ist ja gesagt ich sei da gewesen das kann nicht sein ich stehe am knopf die ganze zeit und wollte die leiche müsste bei vor dekontamination genau ok pass auf es ist der reaktor angegangen mike stand die ganze zeit am knopf christian und ich haben unten rechts diesen download christian ist nach oben gegangen direkt ins gewächshaus maxi war vor mir könnte geselfreportet haben oder ray ist nirgendwo ich bin gerade ein von euch so gesehen abgeholt weil ich bin gerade ein von euch so gesehen abgeholt weil ich jetzt nicht alleine links laufen wollte und irgendjemand ist mir halt hinterher gelaufen ich glaube nicht dass maxi self reporten würde weil er auch vorher unten war und uns gesehen hat dass wir alle da unten waren das wäre absolut dumm von ihm und zumal der imposter würde jetzt ein double kill machen und nicht reporten und ich wäre auch bei ray ja ich werde also ich werde wahrscheinlich ray nicht oh leute ich werde es nicht chris und jay waren der kill nicht es muss ray sein weil der der imposter reportet sich außer maxi macht meinten die runde zuvor schon war ich admin alleine noch jay maxi hat das doch gesehen aber ich muss maxi sein ich kann bitte sagen ich glaube mich und jay maxi sind so dumm ich glaube mich und jay sind so dumm ich wollte ray oh man dumm haben wir verloren Ich muss halt noch meine Tasks machen, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile egal. Das muss ja theoretisch. Noch ein Kill passieren? Kann das sein? Das war auf jeden Fall schon mal ein richtiger. Ja, genau. Und das war ein richtiger. Und Chris war der Einzige, der nicht mitgestimmt hat, wenn ich das richtig gehört habe. Also ich habe sofort Ray gestimmt. Wait, 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 what? Ich habe für Ray abgestimmt gerade. Nein, nein, nein. Zwei, zwei, drei. Es war schon richtig. Es war richtig. Und es muss noch einer auf Maxi gesetzt haben. Also ein Imposter hat auf Maxi gesetzt, der noch hier unter uns ist. Ja, gut. Trotzdem bringt er... Nein, Chris. Also Jay steht gerade am Button. Chris hat mehrmals erwähnt, dass er da nicht ganz glaubt an die Story jetzt gerade. Ich stehe nicht am Button. Nee, nee, nee. Bist du mir hinterhergerannt, als ich die Leiche reported habe? Oder war das... Das war Chris, oder? Nein, ich bin unten links und habe gerade... Nein, nein, aber davor. Die Runde davor, die Runde davor. Die Runde davor war ich unten rechts mit Jay. Das hat er doch vorhin eben auch erzählt. Aber irgendjemand ist mir hinterhergelaufen, als ich die Leiche reported gefunden habe. Du warst irgendwo hinterhergelaufen, okay. Ich dachte erst, das wäre der andere Imposter gewesen, aber dann... Also es hat auf jeden Fall noch nicht mehr auf Maxi gewählt. Genau. Maxi wird wahrscheinlich nicht auf sich selbst gewählt haben. Werde ich rausgewohlen. Ja, Mike ist halt der, der in der ersten Runde hat sich zwar... Also okay, dann müssen wir aber warten. Geh mal davon aus, warte mal. Also Jay hat auf jeden Fall quasi dafür gesorgt, dass Ray rausgeschmissen wird. Nee, nee, nee. Ich habe auch Ray gesagt. Doch, ich habe auch Ray gesagt. Für mich, ja. Eigentlich alle bis auf Chris haben dafür gesorgt. Aktuell steht Maxi am Knopf, der den gedrückt. Jay steht auch am Knopf. Wo ist denn Mike gerade? Wir sind alle links an den Kabeln. Ach, du bist auch hier. Ja, guck mal, wir sind alle am Knopf. Ich habe mich nicht getraut, zu Mike zu gehen, ehrlich gesagt. Ich traue mich. Ich habe auch gesagt, es muss auf die Leiche warten. Es muss auf die Leiche warten. Ja, aber was ist denn, wenn wir die nicht sehen? Finden. Ja, das ist genau das. Die Leiche unter uns. Da sind wir gefickt. Aber wir müssen jetzt warten. Also wir haben aber nur noch 10 Sekunden. Also müssen wir skippen. Alter, das ist so belastend. Können wir zusammenlaufen? Naja, das ist ja... Skippen, skippen. Nein, das geht. Das ist kacke. Nicht zusammenlaufen. Wir müssen schon spielen. Spaß haben. Haha, chill, Alter. Großartig. Die ist wild, die Runde. Das ist wirklich echt wild. Ich muss halt meine Tasche noch irgendwie erledigen. Äh, what? Achso, Blumengießen. Oh, moin. Mike? Achso. Okay. Ist das hier auch noch mal geschneid? Hm, hm. I need to fix the cable. I need to fix the cable. Mike, hey. Das ist halt mega schwer. Das Gute ist halt, also das Gute für Mike ist, dass die Tasks halt alle noch nicht gemacht wurden und noch genug Platz ist. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie ärgerlich. Ah, da ist der Kill. Okay, das muss eigentlich eindeutig sein. Die letzten, die hier oben waren, waren Chris und Maxi. Ja. Irgendwer hat im Vorbeigehen Maxi weggemacht und die Lichter genutzt. Chris, 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 bitte überzeugt mich, dass du es nicht bist. Ich bin gerade die ganze Zeit mit dir vorher mitgelaufen, das weißt du, als du in, äh, Storage warst, oder nee, doch, in Storage waren wir alleine. Ich hab's doch euch. Also die einzige, die einzige, die einzige, die einzige Information, die ich habe, ist, dass Chris und Maxi alleine oben waren. Chris reportet jetzt. Jetzt muss Chris mir bitte erzählen, warum es er nicht ist. Äh, du musst mir erzählen, warum du shootest, anstatt dich erstmal überhaupt... Ich schute nicht, ich hab euch gesehen zuletzt, deswegen seid ihr natürlich, bist du jetzt für mich sass. Wie kannst du uns denn gesehen haben, wenn die Lichter aus sind? Nee, vorm Lichter aus. Nicht beim Lichter aus. Wir waren alle oben. Jay war auch da? Das ist richtig, wir waren alle oben. Ja, Mike. Bis dann mir vorbeigelaufen, Mike. Nee, also oben rechts, als ich diese Kristalle zusammengesetzt habe, hab ich Chris und Maxi gesehen, hab ich Jay nicht gesehen. Jay war, äh, ziemlich lange bei mir. Ich hab mich nur gefragt, wir haben vorhin das Licht, äh, wieder angemacht und da waren Maxi und auch Jay bei mir. Ja, und nicht... Oh, Alter, ist das eine Scheiße. Jay, bist du böse? Wie denn? Kann ich ja nicht. Wir sagen jetzt alle mal, ich bin Crewmate. Ich bin Crewmate! Ich bin Crewmate. Ich bin Crewmate! Jay, ich bin mit dir in Storage gewesen, wir sind über Y gelaufen. Ey, Leute, wir müssen voten, wenn ich voten, ist vorbei. Jay, ich hätte die Elfer wegmachen können. Ja, aber man kann ja auch trusten, egal. Also jeder muss das für sich entscheiden. Für mich ist halt, ich hab Chris und Maxi zuletzt gesehen. Ich worte mal ganz schnell, Mai. Ja, damit er Tüchlein bei Jay hängt. Ich worte auch. Ja, das wird so oder so bei mir hängen, wenn ihr euch gegenseitig voten. Ja, ich hab die beiden zuletzt gesehen, was soll ich denn jetzt machen? Ich skip einfach. Jay und ich haben auch Ray rausgehauen, nun mal so, es gab ein Wort auf Maxi. Aber dann kann der doch jetzt direkt killen und dann sind wir durch, oder? Nee, du musst voten, du musst voten, Jay. Oh, Jay. Was ist die Runde, Alter, was ist die Runde? Die Runde ist so krass. Please, please, please. Ja! Oh, Mann, ey. Alter, was ist das? Sehr gut, Jay. Bevor wir reden, bevor wir reden, ich muss mich bei Ray entschuldigen, dass ich ihn so krass verkauft habe und ein Double kill nicht gemacht habe. Ich habe ein Double kill verkackt, weil ich Jay nicht mehr erwischt habe. Ich war nicht beim Knopf, ich bin hinterher gelaufen. Und deswegen musste ich Ray verkaufen, weil Max den Report gemacht hat. Tut mir leid, Ray. Aber ich hoffe, ich entschuldige, ich nehme die Entschuldigung an, wenn du voten, aber trotzdem nicht für mich gewodet hast. Ich habe auch Maxi gewodet. Es war doch, es war doch Mike, Mike, beim ersten Kill war Mike doch schon am Messer. Also ich habe ihn doch gesehen, also... Ich habe ihn doch nicht für mich gewodet.